Wenn Sie die Schönheit und Intelligenz von Walen und Delfinen fasziniert, dann ist WhaleGuide die geeignete App für Sie, um mehr über diese intelligenten Meeresbewohner zu erfahren. WhaleGuide ist die umfassendste App über Wale und Delfine. 67 Wal- und Delfinarten werden in spektakulären Fotos von Fotografen aus der ganzen Welt präsentiert. Jede der abgebildeten Arten wird in leicht verständlichen Texten ausführlich beschrieben. WhaleGuide liefert Ihnen viele interessante Informationen über das Verhalten der einzelnen Arten und deren Besonderheiten. Und macht sie ganz nebenbei zum Experten. Sie finden über 200 Fotos in dieser App. Zusätzlich stehen Ihnen mehr als 200 Extrafotos als Upgrade zur Verfügung. WhaleGuide enthält so viele Informationen wie ein Buch, bietet jedoch deutlich mehr. Mehr als 50 kurze Videoclips sind zusätzlich erhältlich. Der Videobutton in der Artenliste zeigt an, dass für diese Art Videoclips zur Verfügung stehen. Sie sind immer in der betreffenden Textzeile integriert. Beobachten Sie die verblüffenden Verhaltensweisen und lauschen Sie Ihren faszinierenden Stimmen. Der interaktive Feinde hilft Ihnen auf einfache Weise bei der Identifizierung der einzelnen Arten. Sie geben einfach einige Details ein, die Sie vom Boot oder vom Ufer aus gesehen haben. Zum Beispiel die ungefähre Größe der Tiere, die Höhe der Blaswolke, die Größe der Rückenfinne, das Farbmuster des Rückens oder die überwiegende Rückenfarbe. Und WhaleGuide zeigt Ihnen in Echtzeit an, welche Wal- und Delfinarten die angegebenen Kriterien erfüllen. Mit einem Klick erhalten Sie Informationen über die Art, die Sie gerade beobachtet haben. Zusätzlich hilft Ihnen der Positionsfilter Wale und Delfine nach Ihrem Verbreitungsgebiet zu identifizieren. Wenn Sie online sind, zeigt die GPS-Funktion nur die Wal- und Delfinarten an, die es an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort geben kann. Oder Sie ziehen einfach den Pin an einen beliebigen Ort, zum Beispiel Ihr nächstes Urlaubsziel, und die App zeigt Ihnen sofort an, welche Wal- und Delfinarten Sie dort antreffen können. WhaleGuide ist eine interessante und interaktive Art, um mehr über diese wunderbaren Kreaturen zu erfahren.